Wenn einer von euch nicht da ist und Arsik stattdessen einspringt, dann ist das die Müll-Lobby. Trash-Lobby. Trash-Gang! Es ist Nurse. Schade. Aber da geht ab. Nee, Nurse. Sie hat Darlokard gefunden und Chase Darlokard auch. Und Darlokard hat auch einen Hit genommen. So instant. Darlokard ist gerade muted. Ja, Darlokard ist immer muted. Ja, ich habe auch einen Hit genommen. Nee, habe ich nicht, weil sie schlecht ist. Naja, das haben wir auch nicht, ob sie schlecht ist. Ich war noch afk, ich war gerade meinen Döner am snacken. Hallo. Hi. Geht? Hallo. Ich mache mal einen Jen, ne? Ich mache auch einen. Bist gut. Ach, schade. Ein Great Skillcheck wäre jetzt richtig bombös gewesen. Bombös. Bei mir ist der Mac afk. Mann, du musst schon wieder... Ja, hier hast du alles. Du musst dieses Scheiß-Datter drücken, bevor sie überhaupt angefangen hat zu teleportieren. Du musst Gedanken lesen, wann sie anfängt zu teleportieren, um noch rechtzeitig zu drücken. Und wo ist das Problem dabei? Äh, ja. Sie pottet direkt zu euch beiden. Sie hat ein Barbe-Tür, sie steht jetzt in eurem Gesicht. Und Jen? Kann ich einfach nicht abhucken, weil ich bin gerade an Jen, oder? Ich werde gucken, ob das möglich ist. Sehr gut, Darlokard. Auch schön, dass sie sich wieder entmutet haben, sehr gerne, ja. Ja, ich habe so wieder euch zugehört und dachte, muten ist besser. Muten ist besser als Schaden. Ich habe sie gejuckt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Sie hat das Add-On, das sie zweieinhalb Stunden Zeit hat, zuzuschlagen, nachdem sie geblinkt hat. Nennt sich das Ping? Nein, 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 das ist wirklich ein Add-On. Das ist eins ihrer neuen, überarbeiteten Add-Ons. Das nach dem Port kann sie sich noch einen Kaffee machen und dann immer noch zu sagen, bevor der Fatigue kommt. Das ist ein heftiges Add-On, wie heißt das? Das ist wirklich das Neue, ich habe das letzte erst gelesen, den Text. Ja, alles gut, ich glaube dir das. Ja, wie heißt das? Ich schlage später eine Stunde zu. Soll ich dich anhocken? Last press. Nicht press. It's the last press. Last press. Last press. The last press. Das ist doch dieser Drop-Satz, ne? Ich dachte mir nur, ich könnte dich ja jetzt heilen, das kann ich dich halt nicht heilen, ne? Dalo hat jetzt den Konter zu last press benutzt, Deliverance. Ich habe auch last press, kurz bevor ich den Fabian zeichne. Deliverance. Last press ist doch hier Drop-Sätze im Gym, oder nicht? Ja, sorry, ich wusste nicht, ihr kennt euch nicht so aus mit Gym-Termen, ne? Ja, mit was redest du hier? Das sind die Leute, die euch Wünsche erfüllen. Jim, der Main-Character, oder? Jim Knopf, uuuuuh. Ich glaube, das ist der aus The Office. Schönes Dead Heart. Der coole. Ah, sie würde jetzt zu mir springen, oder? Ne, sie bleibt bei dir. So, ich sage nur mal. Du machst das super, Parts. Ich sage nur mal, in einem unendlichen Kampf, endlich diesen Gen im Main-Building angekommen. Also wirklich, die ist da 20 mal hingeportet. Das war ein Kampf, und ich habe ihn angemacht. Also der schwerste Gen ist durch. Das war ganz gut, das war ganz gut. Mach's was draus. Die hatte ich gesehen, Pay-Po. Ja, leider. It's a blink-attack. Kommt wieder her, guckt aber nochmal beim Gen nach. Ne, kommt jetzt zu mir. Jetzt hebt sie mich auf. Andere Richtung guckend. Keine Chance, leider. Wenn wir noch langsamer Gents machen, haben wir gleich wieder 4 to go. Die Tritte ist in Gen, der ist bei 75, den sie jetzt tritt. Getretet. Vergangenheitsform. Getretet. Ich bin mal safe, mach irgendwo ganz am anderen Arsch der Welt. Ich glaube, sie ist ein bisschen lost. The boy who lives. Sie hat Hacker abgebaut. Die Schnäpfe. Aua. Hä, was macht sie? Sie ist irgendwie hinterm Haus oder so? Also sie ist ja wirklich komplett verloren. Diese Nurse ist komplett verloren. Sie atmet auch ganz dolle, ganz stark hier unten. Was geht, Jim Knopf? Okay. Ich bin wieder vor dem Ableeding. Ich habe mal eben so Solo und Jen angemacht. Ja. Ja, habe ich. Habe ich. Okay, sie ist Survivor-Ketter. Ja, und ich bin tot. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Darf sie aber gar nicht. Ich komme rüber. Ich komme vorne raus. Wo bist du? Wo bist du? Jetzt in Game of Hards. Mitte, 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 Mitte. Jetzt in Game of Hards spielen. Okay. Ich kann nicht heilen. Sie macht das nicht schlecht. Was hat sie denn, Frankens, die miese auch, ne? Nee, nee. Da habe ich mein Medgid verloren. Er. Jetzt habe ich natürlich die Frage, ob ich der einzige Band, der hier Jens macht. Nee, ich habe auch Jens gemacht. Aber jetzt musst du jetzt gerade mal retten gehen fürs Team. Für das Team, für das Team. Perk meine ich. Schnuffeltuch-Perk. Ja, äh, ist das Agitation? Nee, äh, Iron Grace. Weiß nicht. Iron Beer heißt es, glaube ich. Das ist kein Schnuffeltuch, das ist eine Faust. Nein, da ist ein Taschentuch drin. Die winkt ihr so zu. Die springt auf jeden Fall richtig wild immer hinter Wände, wo ich gar nicht mehr bin. Eine Faust. Iron Grace. Nein, das ist ein Schnuffeltuch. Da habe ich gerade vielleicht reingeschissen. Nein, das ist eine Faust. Na gut, jetzt hat sie mich einmal gehittet. Einmal! Ich kann mal auch nicht aufwarten, ich fühl dich. Hallo Adele, geh näher von mir. Nee, stimmt. Danke. Das habe ich gebraucht, deinem Kahn. Partywahl ist in Gefahr. Sie hat keinen Franklin's, jetzt mal, wenn du weißt, was du... Ja, aber was habe ich denn noch gemacht? Ach, warte mal. Du hast Ärger drückt. Doch, kann sie ja haben, aber... Ja, stimmt. Aber da muss ich nicht... Im Laufen, dass ich hier alle Gents solo mache. Ja, wahrscheinlich würde ich ja meins. Das ist richtig. Ja, Clöhr, du hast jetzt schon in der Runde mehr Gents gemacht als 2022 in der Sonderflotte. Das ist unglaublich. Das ist ungefähr 2023, auch der größte Bullshit, den ich gehört habe. Du bräuchst dringend Hilfe, Freunde, ne? Aber ist egal. Ist ja nicht richtig. Ist ja nur alles gut. Das ist gut. Du hast ja nicht kommuniziert, wo du bist, ne? Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ja, die will ja irgendwie einen anderen Hook. Die hat Agitation, glaube ich, oder? Die ist verdammt schnell beim Fragen. Ja, und das ist so ein Schnuffelstuch. Reicht das? Sie hat wirklich Franklin's. Ach ja, 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 das Schnuffelstuch, der sich ergreift. Ja, ja, ja. Schade. Ah, ist ja... Vor dem Haken, wo Partswerk gestorben ist, liegt ne Taschenlampe. Bitte aufheben. Warum hast du ein Medikin verloren? Habt ihr's gehört? Taschenlampe aufheben, bitte. Hallo? Hallo? Wo ist da ne Taschenlampe? Da, wo Partswerk gestorben ist. Ding, 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 ding. Sie kommt jetzt zurück. Dann will ich nicht. Brauchen dringend Hilfe. Weil da ist ein Gen. Also, wir haben noch zwei Gens im Mainbuilding und einen im Survivor-Keller. Ja, ich arbeite am Sü. Ja. Aber ich bin ja hier wirklich alleine am Sü. Ihr seid beide da. Sie sieht mich. Also, ich bereite mich jetzt, in den nächsten vier Sekunden vorzustimmen. Jetzt Sü. Äh, ich glaube, sie könnte auch in den Killer bleiben. Nein, 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 nein. Sie ist immer noch... Nee, okay, sie ist immer noch bei Dalo. Sie ist immer noch da. Ich präsentiere mich auf, dass sie eigentlich in Port-Range ist. Ja, ich hab auch sehr... Wie lange noch? Ja, zehn Sekunden. Ich muss hier auf den Killer aufpassen. Kannst du mal aufhören, sie immer näher zu mir zu ziehen? Ich bringe sie immer näher zu dir. Sie ist es in der Mitte. Nee, sie kommt wieder zu mir. Oh mein Gott, wir haben es. Sie ist am Arsch. Nee, sie kommt zu Dalo wieder. Sie ist wieder bei Dalo. Sie ist wieder bei Dalo. Ich hänge am Hacken. Ich mache auch noch eine Tür auf. Anscheinend mache ich diese Runde alle Objektives allein. Sie portet... Wir sind ein Team. Hört schwierig. Ich hänge dich nicht an. Ja doch, ich hänge dich an und sterbe dafür. Oder nicht? Ich hab kein Lämpfer. Okay. Busch-Tag. Oh mein Gott, das ist die beste Tag ever. Sie hat einen Warlock. Aber wer hat meinen Tag schon mal übergenommen? Ich hab die. Nee, hast du nicht? Ich hab die. Doch, doch, die liegt hier. Die liegt hier. Wie könnt ihr denn eigentlich gegen eine Nurse gefrankteln, Sven? Das würde ja bedeuten, ihr wurdet gehittet, ohne dass sie porten muss. Ja, ich hab getankt. Weil ich wollte Parts überretten, bevor er stirbt am Haken. Aha, aha, aha. Ein Hitzank reicht. Also, jetzt ernst gemeint. Ja, warte, ich komm kurz. Teleporter 17! Nein, 10 Kämpfe gereicht! Schade. Ja, das erzähl ich jetzt. Das ist unlucky, das sag ich wirklich nicht. Jetzt ist früher eingeholt. Weißt du, 10 Sekunden. Meine Cam ist wieder ausgefallen. So eine Scheiße. Hätte Papu nicht retten sollen. Ich bin so dumm. Ich hab ihm jetzt meine Taschenlampe gegeben. Ich bin so blöd. Wie kann man denn so stupid sein? Ach komm, geben wir ihr noch einen Hit. Sie portet nicht und macht Franklin's auf meine Taschenlampe. Ich rassle mal aus, Digger. Sag mir, das ist eine Lila-Tasche. Ich war eine Lila-Tasche. Oh, der schmerzt. Ey, Werdalo, hast du eigentlich keine ordentlichen Mad-Kids in den Rap? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Warum soll ich ein Mad-Kid...